Ja, dress like a motherfucking god when I reach the sky, niggas always tell me that I made it from the empty floor. Wir sind echt irgendwie besser geworden. Oh no, Alter. Du wirst ja genau sein Junge haben. Ja, Leute, nun sind die Glutsch. Ja, sind Glutsch, ich weiß nicht, bitte. Hi, Prima. Na, Bananen schalte normal. Ich hab so lange kein Elo mehr, wie sie mehr erschienen. Dieser Sesam gut. Ich hab auch überlegt, hab ich mal wieder mit normalem roten Spiele keinen Plan. Ich für ein Handy hab iPhone 6. Hab ich hier ganz hoch gespielt. Ja, voll viel Mühe. Ja, ne. Ja, irgendwie sind voll viele wieder auf roten Punkt umgestiegen. Hab ich die ganze Zeit gespielt. Im Com spiele ich immer roten Punkt, sondern mehr oder nicht. Weil man dann immer mehr sieht's halt. Locker, locker hat das irgendeinen hidden Nachteil des Elobys. Ja, du hast ja nicht, ich weiß. Mir kommt davon, dass man nicht so viel sehen würde, während du zielst. Okay, wie siehst du da mit ein paar Millisekunden langsam mal? 0,001 Millisekunden. Digga, alle! 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 Alle im Spawn! Ja, moin! Jetzt wollen sie hinter uns, weil Igor seid in Spawn, nicht Blocks, Junge. Bitte, jetzt krieg ich dahinter. Igor, wofür spielst du hier mit, Mann? Wofür bin ich eigentlich angelangt, Igor? Mal ganz ehrlich jetzt. Keine Ahnung, Alter, im Kritzgeplan. Hashtag RobIgor, Alter. Wichser, Alter. Mein doch. Hey, Igor. Wenn du Montell schickst für mich und was hältst du von KS-Cheek? Ich kann keinen davon persönlich, nein. Und KS-Cheek guck ich nicht. So hab ich den gefeiert, aber so. UriLive oder Lifestyle-Youtuber baure ich ehrlich gesagt nicht. Hey, Igor. Ja? Soll ich gleich mal die über 1,8-7er-Player schicken? Hm, wo? Spotify oder YouTube? Ja, man schick. Ich mach dich. Echt? Die Gegner sind? Ich gualte, Alter. Bauer. Ich zunite, Freunde. Hier, der ist gestunnt. Sauber. Moja, Mojin. Mojin. Elu geht's hier ganz gut ab, eigentlich. Oh mein Gott. Das ist Elu, das ist Standard-Totpunkt, gell? Ja, Elu ist dieses LV. Mein Elu ist das bestes Visier, was Elu mag. Obis? Obis? Loil, Mann! Ich bin schon mit Piss halt. Loil! Hey, hol den. Danke. Welcher Wichser. Locker Spawn-Flip. Also, ich konzentriere mich ein bisschen. Ja. Was könnt ihr hier echt? Hey! Ich kenne doch jetzt mal meine Sense. Hoop. 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 Loil, Mann! Woher lag, Alter? Loil, von wo hielt der mich an? Der wollte mich nie im Leben hätten, der ist. Der war im eigenen Spawn, an mich geht. Wie geht der nicht ein, Alter? Random. Ja, Moin! Wie alt hab ich dem gegeben hab. Ich will spielen. Igual, Alter. Der hat keine Chance, Mann. Das tut mir verleiht. Echt so, Alter. Egal, was passiert. Ich sterbe. Ich bin schon auf brutal Jungs. Ich bin gegen 20. Nyeah, Eltyque. Nyeah. War schon klar, Jonas. Strykung. How come we can trigger... ...ich kann auf Triple gehen, Alter. Mmhm. Jungs, killt mich! Warte, mach noch den Obby. Nein, fuck! Ey, wir machen Triple, Jungs. Warum machen wir Triple? 50 Punkte erst. Ja, mach, und die Punkte sind sogar gut. Ich fühl mich irgendwie unwohl mit, er macht, ich steig auf Pharoom. Ich bin Fargo. Na komm, wir steigen auf Pharoom. Hm. Trotzdem wollen shoppen, ich könnte kotzen. Echt? Warte, wenn's nicht klappt, kannst du da fast noch mal wissen, ob du es in Liebe gehen kannst. Keine Ahnung. Du bist jetzt erstmal Fokus. Echt, ich hab ja erst 100 plus. Deswegen, zweit ist ja fein. Ja. Jetzt kämpft die ganze Zeit hinterm Tisch, der Wichser! Der ist nach oben, in der Ecke. Okay, ist das so dauernd. Jetzt ist der nächste oben in der Ecke. Der Wichser, Alter. Der war in der Ecke. Ja. Boah, wie Manorocker dropped, Alter. Jetzt gleich die Con. Ich muss schon wieder gleich auf 15er sein, Jonas. Das ist richtig gut, Alter. Ja, ich bin 15er. Ja, und 15er ist perfekt. Boah, Alter. Warte. Warte noch mal. Ich hab noch mal. LOL! Ich komm mir nicht hinlegen, ich geb ihm toll an. Schicksalsszene, Schicksalsszene, Moment. Ich auch noch mehr. Hey, Moment. Sorry, das ist gut. Das war echt Schicksalsszenen, Ende. Guck grad. Ich hatte bei jedem meiner Gameplays eine Schicksalsszene. Ja, du warst gar nicht so richtig One-Shot, Jon. Der hat kein Eben gehabt, ey. Ich war nicht One-Shot, aber ich konnt mich nicht hinlegen. Das war das Problem. So, ich geb Gunstreak. Ich hab auch Fenix-Runde. Boah, da geht's noch mit Choppern, Alter. Alter, ich bin voll nervös schon dahinter. Hey, Polaku, was geht, Mann? Oh, die Lobby ist super. Erwägen die Leute. Boah, ich hab's. Alter. Ich glaub, ich bin echt über-sicker. Ich glaub, ich hab ein 13-10. Echt? Nein, Mann. Ja, was ist auch so, ja. Stalle, sehr geil. Eins dafür, dass ich choke. Warte. Ich mach die, glaub ich, so safe. Eins dafür, dass ich choke. Zwei dafür, dass ich schaffe. Pass auf. Ey, was für... Ich hab die Geste mit dem Knight, wenn du so vierkriegst, ist voll behindert. Ich glaub, die werden viel cooler. Ey, ich hab kein Plan, wo ich herlaufen soll, ne, die Geiern überall. Können wir ein bisschen mit vorpushen? Ja, wir müssen warten. Ja, okay. Lass die B hernehmen. Lass die B hernehmen. Hm. Nein, Mann. Lieber gar nicht so. Wir haben auch schon recht viele Punkte. Eigentlich könnten wir nicht schon noch Doppel kippen, dann später Doppel kippen. LOL. Nein. Oh. Nein, Mann. Wir machen die Double, aber. Ey. Oh. Das meine ich, Alter. Wir haben da so lange drüber geredet. Mon und Cass noch. 17 oder so. Man mag's halt und stich einfach darauf bauen, dass die irgendwas haben. Ey. Wir haben mich auch holt, Mann. Ne, das Ding ist, dass man die Scheiße ohne Kills zu machen erreicht. Das ist so frech, Mann. Man muss irgendwie... Man sollte 8 Kills in Folge machen, dann hat man sein Spezie oder so. Das... Weißt du, dann... Das ist auch nicht... Wenig. Er ist so broke, Alter. Das ist auch schon ein bisschen abgefallen. Das ähnelt so ein bisschen an MV3 mit diesen... Das sind mit 15 Kills und du stirbst 200 Mal. Das ist scheiße MP. Soll, der warbingt mich, Alter. Ey, die Double machen wir, ne? Ich mach in dieser... Geh das gar nicht ein. Jawohl. Dann hab ich runter... Dann mach nochmal und checken. Ich kann doch nicht spawns blocken. So broke, Alter. Na, der korrekt irgendwie die... Die Flaps spawnt. Uuuuuh. So block ich dann. Ja, genau. Ey, wie die hab ich holt? Das ist doch unnötig, Digga! Ich dachte echt, ne? Ey, Mann. Ich weiß nicht, wie es verlaufen wäre ich bei ihm 8 geblieben. Ey, der scheiß Schwamm halt. Verpiss dich, Mann. Was ist das denn? Hä? Na, na, naa, na. Ich sterb nur durch diese scheiß Streaks, ne? Ich hab noch so viel Zeit. Hä? Ich komm auch nicht raus, aber mitte. Das ist so kacke, Jungs! Der steht daneben von euch und holt ihn mit euch und holt ihn mit euch! Hey, Jura! Jura, spring! Der ist bei uns gebloppt! Ja! Nice, Jura! Willst du dieses Elf, was du gebrauchen, Lieber? Knauze und einfach! Und wieder aufs Streak, Jungs! Wie es aussieht! Nice, random! Scheiß Wichser, Alter! Ob zu schlucken, Mann! Halt ihn mit! Da werden wir spawnen! Ich werde keine Klammer! Ja, ich werde auch hin! Das Ding ist, die Cap'n da hinten drin, die haben keinen Bock! Das Ding ist, da liegen wieder Beine und Arme, Alter! Wir sind gestunnt, alle gestunnt! Glaube ich, hier ist es nicht! Bei NRG kann man keine Fähigkeiten einsetzen, echt! Das Ding ist, bei NRG quitten reden! Wahrscheinlich genau deswegen, weil sie ihre Wichsfähigkeiten nicht einsetzen! Nee, ich kann meinen Scham nicht einsetzen! Das ist echt, wenn dann einer mit NRG spielt, und jemand auf Streak ist, dass er das dann erst rauskommt, wenn der auf ihn auf Streak ist, so kurz vor der 20er! Oh! Ich hab einen Scham! Das wird dann, glaubt, genauso wie in Biot2, dass kein Dumpter-Freißen kann, wenn man das richtig einsetzen kann, sondern einfach nur zu simlos rauskommt, das scheiße MP! Ja, cool, der hat echt nur einen Rückstoß, weil das ist echt krank, Mann! Wahnsinn, ja! Der hat 0! Ich bin auf 20! Ey, warte, wenn du jetzt nur Klarschell machst, dann geht das eigentlich noch! Was, bist du denn gestorben? Er ist jetzt 20er! Ja, aber hast du selbst gestorben! Digga! Ich hatte Angst, dass er seine Fähigkeit hatte, Alter! Ey, die müssten jetzt vielleicht wieder ihre Wichsfähigkeiten haben, ich bleib so defensiv, ne? Und ich save den Code schon, Alter! Na komm, Haus ist geblockt, das muss Haus nun keiner! Nimmst du Orbi? Nimmst du Orbi? Nix da geschoben! GT-Spiel, ne? Es ist unglaublich, Alter! Oh! Ja, ich komm nicht in den Spawn rein, Jungs! Lass du mal eben die Kills, die Flip-Skills, ne? Ah, die sind wirklich direkt, Alter! Das ist halt auch Scheiße! Warte denn da ein! Lass den da ein! Hä? Hä? Was? Nein, nicht, aber bist du dumm? Das wollen sie doch nicht werden! Sieg diese Scheißdinge einfach nicht, Mann! Doch, doch! Lass den an! Lass den an! Rik Schwarm, Alter! Der kommt auf so'n Scheiß, Mann! Boah, der Schwarm ist hartfuck des Clowns, Alter! So ein fettes Gerät, ey! Die kommt wieder hinterher, Alter! Was soll ich machen, Alter? Ich bin froh, dass ich 29 Kills hab den Scheiß, Alter! Ja, ich hab grad keinen! Lass den Bauern erstmal nehmen! Oh, der Wende wieder! So genutzt! Ja! Bonus-Restand! Bonus-Restand! Ja! Ab Nuklear! Oh, nein! Oh mein Gott! Chat! GG! Oh mein Gott! Fuck! 742 Zuschauer, Alter! Wie viel? 92! Alter, war das eine Runde, Mann! GG, Alter! Ey, das war direkt am Anfang! Ich war grad noch so uneingespielt, Alter! Ey, ich bin schon wieder übel am Zielzahn wie so'n Scheiß-Abfarmer! Hey! 92,5, ey! Zweite Double! Ich hab halt Triple gemacht! Alter! Ja, Junge, wir haben sein Scheiß-Stäbchen! Ich schwöre, ich hab Triple gemacht! Das wäre die erste Triple jemals in einem Livestream-Gewiesen-Bebelrei, glaub ich! Aber Triple-Lobby auf jeden Fall, Mann! Geht auch besser, Jonas, verpiss dich! Ja, ich hab' den Jemain-An-Modell! Be strong, girl! Lass, Mann! Du kommst zu spät, was die Double verpasst, Alter! Guck mal, wie ich zitter, Mann! Fuck! Wie so'n Opfer! Ich zitter wegen mir schlechtes Spiel! Ich verstehe, Alter! Oh, danke, Jungs für den Expo! Gut, klappt eigentlich! Macht am 10 nervös, ist sehr!